Es war einmal die Tochter eines Königspaares, welche einem Fluch verfiel Die Königstochter wird sich in ihrem 16. Lebensjahr an einer Spindel stechen und hundert Jahre lang schlafen sollte. Ich befehle, dass im ganzen Lande alle Spindeln verbrannt werden. Der zeitlose Märchenklassiker, erstmalig in HD aufgearbeitet. Dornröschen in der großen Gensho-Märchenfilmreihe. Nur auf Anixe.